Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei TCGO, Pokémon Tommelkantenspiel online. Tiefe Luft holen und dann erst den Titel sagen. So, ja mit der Herausforderung, das werde ich wahrscheinlich um die Uhrzeit nicht mehr so früh schaffen. So, Turnierticket interessiert mich nicht, ich habe keinen Bock auf Turnier. So, ich habe wieder ein bisschen Geld. Ich habe nichts im Versus-Modus gemacht, ich habe einfach nur die Herausforderung gemacht gestern, vorsichtshalber nochmal, um Geld zu machen. So, ich gucke jetzt gerade, erst in 37 Minuten, das heißt erst ab 11 Uhr kann ich eine neue Herausforderung. Heute habe ich momentan nicht so viel Zeit, dass ich erst um 11 Uhr starten kann, deswegen mache ich was anderes. Und zwar hole ich mir jetzt tatsächlich das Pandago-Deck. Oh, restieren wir jetzt noch aktiv. So, dann probiere ich das auch direkt gleich aus. So, einlösen. Ja. Fertig. Dann ab in den Versus-Modus. Und dann Themen. Wo haben wir das jetzt? Achso. Wo ist sie erstmal... Nicht... Wo ist sie erstmal... Ah, hier. Öffnen. Ah, okay. Lucario-Münze. Aha. Kampf. Gut. Einmal durchgucken. Bla, bla, bla. So. Jetzt aber. Versus-Modus. Ich gucke mir die Karten nachher an. Alle Ruhe an. So, weiter geht's. Wir... Wir haben doch noch 13 Tage Zeit. Und ich möchte jetzt so langsam mal ein bisschen zu Dialga-X. Also. Wird mal langsam Zeit, dass wir mal da was machen. Ich würde sagen, die Herausforderung, die kann ich auch privat machen. Also. Ich konzentriere mich jetzt eher mal auf... Ähm... Auf... Wie heißt es gleich? Auf den Versus-Modus. Ist oder so der einzig interessante Aspekt hier. Das ist schon mal gut. Wir haben Pampon und direkt Pandrago. Sehr nice. Was haben wir denn hier? Ein Wishu. Und. Ein Box-Heap. Ein Makohita. Haben wir auch dann Hariyama und so drin. So, noch einmal das. Pokémon Professor. So. Wir bereiten aber erstmal Pampon vor. So, hier brauchen wir eine Unlicht, ähm... Nicht nur Unlicht, sondern eine Finsternis. Karte. Energiekarte. Kann noch nichts machen. Ah, okay. In der nächsten Woche kann da was machen. Ein Zuko-Keks. Okay. Ein Zuko-Keks. So, dann einmal das. Einmal das. Einmal das. Anziehen. Ziehen. Das sieht ja schon mal besser aus. So, dann mache ich mal noch Holo rein und holen uns mal Energiekarten. So. Ich drücke erstmal das. Und noch einmal. Das. Wundervoll. So, hoffen auf Kopf. Natürlich nicht. Gut. Dann Box-Heap. Ach, Schwäche. Das ist gut. Tafel Wasser. Na dann. Bakuhita ist oder so jetzt erstmal nur da, um ein bisschen Schaden abzufangen. Damit wir Pandrago gleich rausschicken können. So. Versuchen wir nochmal. Diesmal klappt es. Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Energieumschalter. Oh, das ist cool. Dann würde ich sagen, dann machen wir das erst. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann greifen wir an. Wir haben zwar leider einen W-Schuss, wir haben beide W-Schuss schon leider weggeschmissen. Na egal. So. Er hält ja noch einiges aus. Zubo Keks. Packen wir mal ihn rein. Und dann. Dann würde ich mal sagen, benutzen wir das. Einmal umschalten. Auf das. Damit ist er fertig. Dann können wir das so machen. Ja. Zwar ein bisschen unsinnig. Aber egal. Und dann greifen wir wieder an. Mit Boxy. Ich hätte eigentlich auch da einfach eine Karte anlegen können. Dann hätte ich die Karte für irgendwas anderes aufsparen können. Aber ich wollte sie einfach mal testen. Ein Kickli. Na denn. Zack. Vorbereiten. Was kann er denn? Streck Kick. Dieser Angriff fügt ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenpunkte zu. Und ein Dreh-Dreh-Kick. Na denn. So. Damit haben wir den ersten Kampf gewonnen. Und bekommen eine Kampf-Energie-Karte. Sehr schön. Seine Schadrago. Kann erst später angreifen. Bekommt drei Karten. Immerhin. Gut für ihn. Da zieht nochmal drei Karten. So. Er kann nichts machen. Evo-Brause. Können wir mal schauen. Was sich entwickelt. Warum denn mal nicht. Lass uns mal schauen. Was haben wir denn. Wir haben tatsächlich einen Hariyama. Einen Mashup. Und einen Erokex. 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 Einen Hariyama. Speckschicht. Könnten wir reinträglich jetzt nehmen. Müssen wir ihn nur vorbereiten. Moment. Moment. Bakuhita ist fast druckt. Ist sogar so die einzige Entwicklung. Masho bringt nix, Zoro Kex zu Irikux, ne. Machen wir das Ariyama, das hat noch Life. So, wir können zwei jetzt gerade nix machen. Wir legen trotzdem noch eine Energiekarte an. Und, obwohl ich hier auch noch Makuhita hätte. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und beenden den Zug. Hier ist bestimmt ein starkes Deck. So, Feuerwasser. Reduziert, wegen der größten Spreckschicht. Ah, okay. Das heißt, wenn Feuer-Pokemon-Hariyama angreifen oder Wasser-Pokemon, ist das 30 weniger Punkte Schaden. Ich verstehe. Ja, logisch. Ist so ähnlich wie Feuer und Eis bei den normalen. Pokémon-Spielen. So. Och, da haben wir einen Ling-Fu. Bringt nix, da wir beide Vishus weggekloppt haben. So, dann würde ich sagen, eine Energie da drauf. Und könnten alle wegschmeißen, aber das will ich gerade nicht. Dann den Raketen-Klatscher. Kriegen 20 Schaden. Naja, was soll's. Er bereitet einen Raichu vor. Der macht einen Voll-Tensor. Äh, okay. Was will er entwickeln? Hat er einen Raichu-Turbo? Nein, ein Snoopy-Cat. Oh, diesmal ein anderes Snoopy-Cat. Ah, ja. Interessant. So, dann schmeißen wir hier noch eine Karte rein. Und machen weiterhin... Okay, Katscher. Jetzt nenne ich nochmal Schaden. So. Versus-Modus. Sieht für mich ganz gut aus. Aber wer weiß. Es kann sich noch alles sich ändern. Da kann ich ihn zwar besiegen. Ist nicht so schlimm. Kriegt auch mal ne Preiskarte. Und dann holen wir erstmal Kickly. Ganz viele Pampums. So. Machen wir das so. Und... Setzen... Drehkick ein. Drehtritt. Drehkritt. 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 W Holl So, da haben wir einen Maschok, können wir da schonmal machen und die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Diese Karten habe ich schon mal. Ähm, ist das das jetzt? Ich glaube 21, egal, wir besiegen jetzt erstmal seinen Raichu. So, 4 Pampams, ein bisschen übertrieben, es reicht wenn es 3 sind, aber noch 4, so viele Pandragos sind da bestimmt nicht drin, es sind bestimmt nur 2 Pandragos drin, was hast du eigentlich so hier? Schiefe Bahn Entwicklung, wenn du mindestens ein, aha, ok. Wenn du mindestens ein klinzendes Pokémon auf der Bank hast, versuche dein Deck nach einer Karte dazu, der sich dieses Pokémon widmen, lege sie auf dieses Pokémon. Dies zählt als Entwicklung dieses Pokémon. So, interessant. Habe ich noch einen Pandagos? Bestimmt, ne? Können das ja mal machen. Das dann entwickeln. So, was haben wir denn hier? Ähm, Vermöbeln. Du kannst eine Atemkante von deiner Hand auf den Ablegestakel legen. Wenn du das machst, fügt der Angriff mehr Schaden zu. Und lege die oberste Karte von dein Deck. Oh, Hammer, ist geil. Das ist ja geil. Oh. Eine Raichu wurde ihnen entwendet. So, Votenzo, aber ich habe hier ein zweites Pam. Pam? Zur Not kann ich noch eine Energie umleiten. Zur Not. Der Kampf dauert auch ziemlich lange. So, Energie, Energie, Energie. Elektorschrift 70, das ist nicht das Problem. Ah ja, für die Paralyse. Ich verstehe. Ein Schlurp-Pack. Ah ja. Komm einfach mal entwickeln. Einfach mal so. So, dann eine Energie hier anlegen. Und zur Not können wir keine Energie umleiten. Erst später. Weil es paralysiert ist. Gut. Dafür hat er jetzt alle seine Karten weggeschmissen. Nur um ihn zu, äh, um ihn zu, ähm, zu, ähm, verwirren. Zumindest. Äh, verwirrt? Ich wurde aber gerade paralysiert. Jetzt bin ich, jetzt bin ich verwirrt. Wieso zählt das jetzt dazu? Wieso zählt das jetzt dazu? Ich hab keine Ahnung. Ich würd sagen, wir machen was folgendes. Wir nehmen hier die NR15-Energie und legen die hier an. Damit haben wir das schon mal fertig. Ich weiß nicht. Sobald der nämlich, ähm, aktiv ist, können wir nämlich, alter, Macho Mai haben wir auch drin. Komm. Entwickeln. Entwickeln. Einfach so, weil ich es kann. Haha. Okay. Macho Mai. Sehr nice. Aber egal. Wir legen jetzt mit Hammerarm los. Warte, warte, warte verliert er jetzt? Was ist das? Was ist das? Äh. Magnetsturm. Jedes Pokémon im Spiel hat keine Resistenz. Ah, okay. Er kann nur 30 Schaden zufügen. Und was? Ne. Reicht aber noch nicht aus. Achso. So. Ähm. Warte schon mal. Hammerarm. Arm. Zack. Einfach Hallo. So. Er hat noch 13 Karten. Ich habe noch 10 Karten. Aber ich habe noch eine Preiskarte. Warte. Also ich muss nur ein Pokémon. Ähm. Entwickeln. Warte mal. Ein zweites Pandrago. Habe ich nicht. Oder? Na. Weiß ich nicht. Ich habe vier Pham Phams drin. Weißen wir jetzt. Warte mal. Könnte ich gewinnen? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe hier noch einen Zuckokex, was ich jetzt noch in der Finsternest anlege. Dann ist das auch fertig. So. Schiefe Bahn. Es gibt tatsächlich noch ein Pandrago in meinem Deck. Und zack. Kann aber nichts mehr machen. Sehr schön. Also wenn man das richtig spielt, das Deck, dann kann das ziemlich reinhauen. So. Ein paar Informationen. Also mit der Herausforderung. Da wird mir. Da fragt mich jedes Mal. Ähm. Der Nickname hier in TCG. Jamie. Jedes Mal, ob er mich herausfordert. Wann ich online bin. Er ist wahrscheinlich die einzige, der mich hier versucht, die Herausforderung. Ähm. Ist schon schwer. Weil ich nehme wirklich morgens auf. So. Nachdem ich aufstehe. Gefrühstückt habe. Äh. Dann haben wir schon. Ich brauche mal nicht. Ich nehme mir mal eine Zeit für eine Stunde. Ich wache auf. Mach meinen normalen Alltag. Und. Halt. Äh. Und dann nehme ich dann halt auf für YouTube. Meistens. Für die anderen Projekte. Die Dragon Quest. Blabi blub. Oder was auch immer. Ich aktiv habe. Äh. Mache ich auch. Erst so ab 10. 11 Uhr. Weil. Ich weiß nicht. Späteren Zeitpunkt. Habe ich einfach keine Zeit dafür. Weil ich auch andere Sachen machen möchte. Im Laufen des Tages. Wie das. Heute zum Beispiel. Habe ich. Kaum Zeit. Ich. Muss bis 14 Uhr. Soweit alles fertig haben. Wenn nicht. Dann muss ich was. Auf. Abends. Verschieben. Ich. Das ist auch Stress für mich. Pur. Schaden. Gestiegen. Dann bereich noch nicht aus. Nur um zu paralysieren. Ah. Dankeschön für diese perfekte Karte. Auf. Boom. Geh. Wann. Naja. Man könnte. Man könnte. Einen Tag mal ausmachen. Fünf Punkte nur. Das würde ich dann wahrscheinlich eher als Volk. Oh. Brauch kriege ich heute 13. Hm. Oh. Knapp. Also 18 Minuten. Schon ziemlich so. lange. Oh. Jetzt kriege ich Turnier. Karten. Yay. Will ich nicht haben. So. Und. Das Dialga kommt langsam näher. Machen wir direkt weiter. Und. Weiter gehts mit der Information. Also. Apropos. Muss ich gleich mal gucken. Ob da irgendwie neue Anfragen sind. Äh. Die meisten können von der Information. Wahrscheinlich. Auch nur. Gegen. Abends. Oder so. Ähm. Das Problem ist. Wenn ich jetzt abends aufnehme. Ist das eigentlich für den nächsten Tag. Weil. Um 16. Uhr. Schaffe ich definitiv. Äh. Schaffe ich es nicht. Definitiv. Um 17. Uhr. Den Part hochzuladen. Damit. Zumindest. Ist das ja pünktlich. Wieso habe ich nicht Papamoff. Oh ne. Geht ja noch gar nicht. Ne. Ist schon richtig so. Ist schon richtig so. Ähm. Schaffe ich es einfach nicht. Das heißt. Dieser Part. Dieser Herausforderungspart. Sag ich jetzt einfach mal. Ist. Äh. Direkt für den nächsten Tag. So. Aber ich hätte es schon gerne live. Irgendwie am gleichen Tag. Irgendwie. Äh. Was machen. Wenn nicht. Dann muss ich das irgendwie. Mal umschalten. Oder so. Keine Ahnung. Um endlich zu sein. Gerade. Für mich ist das auch erstmal neu. Erstmal die Serie. Irgendwie aufrecht zu halten. Und dann mal schauen. Ich kann ja auch Folgen produzieren. Vorher. Irgendwie hier jetzt. Äh. Jetzt nach und nach. Jede Folge immer. Im Versus Modus bleiben. Und dann ab und zu. Mal eine Herausforderung annehmen. Von euch. Und die. Herausforderung. Die mache ich tatsächlich. Nur privat. Weil das ist ja nicht wirklich. Spannend. Sag ich mal. Mal. So. Wie gesagt. Ihr könnt mir ja. Vorschläge mal. auch in den. Ähm. In den. In den Kommentaren. Schreiben. Der hier. Nicht verkehrt. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Wir opfern Kegli. Bereiten uns. das. Das hier vor. Machen aber. Trotzdem noch. Schaden. Auf. Was haben wir denn hier. Ah. Ach. Ach. Sie hatten schon. Kilia. Den Knoll. Dann gehen wir. Das. Auf. Das. Was am wenigsten. Live hat. So. Dann haben wir da. Zumindest. Schaden. drauf gemacht. So. Opfern. Quasi. Unser. Äh. Kegli. Hast. Gute. Dienste. Geleistet. So. Und. Das. Sieht. Nicht. Gut. Aus. Aber. Wir. Setzen. Hammer. Ein. Er verliert eine Psycho-Inerti-Karte. Zack. Ein weiteres Pampam. Nicht schlecht. Haben sie nun noch eine Evo-Brause. Ist er jetzt resistent gegen Kampf? Ne. Eine Schwäche hat er. Er hat eine Schwäche. Ah ja. So. Weiterhin einmal. Zack. 160. Boom. Ein Macholo. Oder Macholo. Und gewonnen. Das war mal ein schneller Kampf. So muss es laufen. Und zehn Punkte immerhin. Besser als gar nichts. So. Ein Punkt. Gut. Da könnten sie auch mal irgendwie bei gewonnen fünf Punkte machen. Ja. Ein Punkt ist ja gar nichts. So. 110. So. Jetzt guck ich mal. Ist eh keine Offline. Produkt eingelöst. Blablabla. Erhaltende Produkte. Fertig. Äh. Noch keine neuen Leute haben mich. Hier. Äh. Ne. Haben mir keine Anfrage gestellt. Okay. So. Weiter geht's. Das Deck ist schon cool. Machen wir weiter. Obwohl. Ich könnte es ein bisschen. Modifizieren. Ach guck mal. Pandrago Deck gegen Pandrago Deck. Ist das nice. Nice. Äh. Nice. Äh. Warte mal. Wo ist hier das? Da. Äh. 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 Komm ich fang an. Ich mach mal Licht an. Hier ey. Trotz so früh und. Weil es regnet. Ist es so dunkel. Äh. 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 Es kann sein. Dass ich. Dass. Dass. Dass es heute auch aushält. Weil es regnet. So. Oh. Pam Pam direkt. Was machst du nochmal. Besuche dein Deck nach einem Kampf Pokemon. Und eine Item Karte. Zeige dir deinem Gegner und nehme sie auf die Hand. Okay. Wir holen. Wir haben Dimiteros. Ja. Ne. Ist klar. Ähm. Ähm. Äh. Wir holen uns. Pam Pam. Dimiteros. 2 Evo Brausen. 2 Evo Brausen. Das ist geil. So. Dimiteros. Rein mit dir. Und. Energie. Zack. Berg. Und Energie. Und Energie. Ähm. Wir nehmen das. Wenn man den Kampf. Äh. Dinger. So. Machen das. Zug beenden. Wir haben hier noch einen Hariyama. Er kann erstmal nix machen. Er kann ihn nur nicht direkt entwickeln. Geht nicht. Du hast kein. Kein Unlicht Pokémon auf deiner Dingensbums. Machen das so. Machen das so. Und machen das so. So. Dann haben wir schon mal einen Hariyama. Das ist nice. Ihm gebe ich einfach mal eine Karte und er holt sich alles aus dem Dingens raus. Aus sein. Aus den Ablängestapel. So. Dann. Machen wir das so. Machen wir das so. Machen wir das so. Bekommen den Heat. Und legen. Die. Mal. Ran. So. Und dann geht es los. Mit Raketenklatscher. Tschisch. Pam. Pam. Sieht gerade nicht gut für dich aus wie es aussieht. Finsternis Energie. Also wenn er jetzt nichts gutes zieht dann hat er verloren. Kann er eigentlich schon aufgeben. Er hat gerade. Keine gute Karte hat. Ja. Hab ich mir fast gedacht. Es tut mir leid für ihn aber. Was solls. So. Bitte lass da Karten. Äh. Nicht keine Karten drin sein. Keine Karten. Keine Karten. Keine Karten. Keine Karten. Keine Karten. Keine Karten. Auch ein kurz. Guck mal auf die Uhr. Ich dachte keine Karten. Dann krieg ich so einen Schrotz. So. Einen Kampf müssen wir noch gewinnen. Aber ich würde eben kurz mal zum Deckmanager gehen. Und zwar einmal eine Kopie machen davon. Und das einmal kurz bearbeiten. Also vier Pampams. Ist nicht notwendig. Es reichen zwei aus. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Demeteros ist gut. Vishu ist gut. Das reicht eigentlich auch aus. Aber wir können einen Mahalo mal wegnehmen. Wir können als Zusatz noch eine zweite Überbrowser mitnehmen. Energie. So viele brauchen wir nicht. So viele brauchen wir nicht. So. 6. 6 reicht. So. Wir haben nämlich hier das hier. Wir nehmen den Umleiter leider nicht mit. Ich bin nicht so der Fan davon. Eine Energiezugewinnung. Und ein Angler. Dazu holen wir uns noch einen Heiko. Und. Ein. 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 Ein Levelball. Könnte man auch nehmen. Pokemon Center Dame. Einmal. Nehme ich noch einen mit. Pokemon Fan Club ist auch sehr nice. Aber ich finde die Rollerskates sind einfach nicht gut. Da hole ich mir lieber Unterstützer Karten. Wo haben wir denn hier die Kartenzieher. Einmal Tian. Und nochmal zweimal rein. Auch nicht so schlimm. mitnehmen. So. Ein. Super Angel. Nein. 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 Was können wir denn noch mitnehmen? Levelball. Glückshelm. Nehmen wir noch Levelball mit. Und ein Muskelband. so Professor Platon können wir eigentlich auch rausnehmen das ist nicht so das was ich haben möchte so drei Entwicklungskarten sehr schön und dann schauen wir mal Energietyp wir haben Finsternes und Kampf Pandalgo Pandalgo so wir könnten einen Kalaminero mitnehmen werde ich auch jetzt mal tun und haben wir irgendwas bei dem Kampf was interessantes das sieht nicht danach aus eine kleine Einheit mit Streepoli Quigle haben wir nicht ein Golgantis das haben wir aber warum mal nicht ich nehme ein Golgantis mit und nehme natürlich dann die entsprechende Vorenwicklung mit gibt es nur bei der Psycho Karte und zwar ein Golbit so zwei Karten noch was haben wir denn noch das 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 irgendwas neutrales haben wir da eine Einzelkarte oder Tauros oder 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 oh ne wir haben zwei Schlubs drin oder vielleicht eine Normalentwicklungsreihe oder äh oder dingens wir machen das ganz krass zack zack damit haben wir das schon mal ach ne der braucht ne der braucht ne Psycho obwohl wir ja Psycho Pokémon dabei also können wir genau darauf noch eine Psycho Energie mitnehmen genau eine genau eine haha genau eine obwohl kann ich eine Trainer Karte wegnehmen oder eine ich guck gerade mal vielleicht ein Hero Kicks weg dafür nehmen wir eine Finsternes Karte so probieren wir es aus nehmen nehmen das und nehmen eine andere Hülle was haben wir denn da so schönes orange weiß nehmen wir das hier so Kampf Finsternes passt hier irgendwie dazu dunkler Hammer 1 wurde gespeichert wir machen noch eine Herausforderung wir machen noch eine Herausforderung ich möchte noch zumindest noch in diese Folge ähm Brongsong gewinnen na na hallo hab ich doch gerade gemacht wo war das denn hier da so jetzt bin ich gespannt ein Mischmasch von aller feinsten schauen wir mal wie wir mit diesem Deck klarkommen so du darfst anscheinend anfangen ich darf anfangen weil du angreifen möchtest so aber ich hab nix ja auch nicht gut das heißt wir können beide Karten ziehen das sieht schon mal besser aus so was nehmen wir denn ich würd sagen wir nehmen Ling Fu ein Flemley ein Flemley so weil wir dann auch direkt mit Wishu direkt auch angreifen können er braucht nur zwei Energiekarten ein Entei ja das ist gut wenn du nicht viele Karten hier äh draußen hab so das ist schon mal sehr nice so so und so so was ach so ich verstehe ich hab erstmal ich hab erstmal ich sollte erstmal verlesen bevor ich hier irgendwas mache ne weil das hat gerade gar nix gebracht egal wir schmeißen ihn trotzdem wieder rein legen hier die Energiekarte an und machen immerhin einen Streck Kick genau und war's das erstmal so dann wird er fertig das okay können wir einfach mal entwickeln und machen weiterhin einen Streck Kick ich weiß nie wo ich meine Maus hinpacken soll das ist so ätzend ist immer irgendwo ein Weg ganz hart für ihn na denn ich brauche hier nur eine Kampfenergiekarte und jetzt tut da weh jetzt 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 tut's weh also Entei ist gerade gerade im Vorteil ich glaub nicht dass er noch irgendwas aushält ich glaub nicht dass er noch irgendwas aushält ja 80 Schaden äh komm Wischu ist ein Opfer jetzt ich glaub Wischu ist jetzt nicht so stark wie ich gedacht habe 40 ähm nein ich bereite hier vor und hol mir dann wenn eine Energiekarte mehr gefunden ist ich opfer jetzt Wischu und bereite Hariyama vor ich könnte zur Not Wat? Nö nix friends so ich leg jetzt gar keine Karte mal an schlurp schlurp was soll ich jetzt mit schlurp ich brauche Energiekarten ich brauche Energiekarten ich brauche Energiekarten ich brauche zumindestens jetzt eine Energiekarte friends wir sind hier Gegner es gibt keine es gibt das nicht so das war's für dich Wischu und holen dann Hariyama aus Feld und ich brauche Zubo Keks noch immerhin immerhin eine eine Karte die mir helfen könnte so Level Ball würde ich sagen holen wir uns ein Pam Pam ein Pam Pam so aber ich lege es noch nicht an nur eine nur eine Energiekarte ich mache ein Muskelband aber ich mache es trotzdem ich hole mir die Kampfenergiekarte um ihn dann beim nächsten Mal angreifen zu lassen jetzt macht er nur 40 Schaden ich bin ja nicht ganz doof weil Entei kenne ich oh Blue Raut AX Hals Flimli ah er macht vorrätige Böller Alter wie viel Glück hat er denn bitteschön Drei Feuerenergie hat er bekommen ist das zu fassen ist das zu fassen ist das zu fassen so Raketenklatscher boom Schaden gestiegen er hat tatsächlich mit seinem vorherigen Buller drei Energiekarten gezogen so lege die Feueren oben weg das ist Hammer Schaden gefallen nämlich durch Speckschicht so dann können wir eigentlich Pam Pam hier reinlegen und können dann auch eigentlich eine Karte ablegen dann was haben wir denn hier noch so Machu Mai das heißt mit einer Ego Rose können wir Machu Machu und dann Machu Mai Schlup Schlup Pack können wir einfach mal reinpacken weil Enter ist oder so jetzt Geschichte und gerade durch die Speckschicht macht er nicht so viel Schaden das ist natürlich für mich gut sein Glora kann gerade nix machen ihm fehlt noch zwei Energiekarten wieso wieso hat er nicht drei Energiekarten drauf geschmissen dann hätte er jetzt angreifen können oder versucht mit anheizen äh Karten drauf zu schmeißen das kann auch sein so dann hier noch eine anlegen und weiterhin Raketenklatsch einsetzen so werde ich werde ich einen Kampf überleben 120 minus 30 ja ja werde ich ah ja Schmied Schmied ist gut für ein Feuer entdeckt das ist wohl wahr aber das bringt dir nix der Feuersturm Schaden gefallen nur 90 und ich überlebe trotzdem noch so deine X-Karte wird jetzt gleich Geschichte sein so Goldblit und Raketenklatscher boom tschüss du hast einen Glorak falsch eingesetzt sag ich einfach mal Pokumlcenter Dame shoot tja aber du kannst das Hariyama besiegen also von daher du hast deine äh was ist das gegrillte Kohle glühende Kohlen von mir aus auch das ich glaub's nicht kriegt der 7 neue Karten so am besten weiß man wenn er seinen Pokémon entwickeln könnte für ihn er kriegt holt sich erstmal 2 Energiekarten lass mich raten sind 2 Feuer ähm 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 ok so jetzt besiegt man Hariyama ach kann er ja gar nicht er macht ja nur 10 Schaden sie jetzt seh ich das seh ich jetzt erst ach ach gar nicht er macht ja zu wenig Schaden ha 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 das ist jetzt alter ich hätte nie gedacht dass das so krass ist äh keine Ahnung wo packe ich denn die rein bei ihm bringt das nix äh hier Goldbit Paketenklatscher klatsch 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 so zack irgendwie ist er schon nice so dieser Kampf muss ich gewinnen dann haben wir eigentlich Pongsong äh was heißt aufgeben auf englisch gif ab oder so gib auf oder so ähm ich weiß gerade gar nicht was ein ein Dingens braucht weiß es gerade nicht so rauhaut und Schadenreduzierung ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm Harihama hat in diesem Kampf sehr sehr gute Dienste geleistet kann wohl nun aber was bringt dir das jetzt gib auf geben 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 gif ne weiß das nicht gif ich habe keine Ahnung wie man aufgeben ich bin nicht so der englisch man oh Harihama wurde getötet so jetzt muss ich Glück haben und ich habe gerade kein Glück was das angeht mach nichts egal schiefe Bahn und ein Pandrago kommt heraus auch nur eine Energiekarte mehr brauche ich nicht dann kann es richtig losgehen er gibt nicht auf das ist gut das ist gar nicht mehr so verkehrt so jetzt hat er ein Quartel fertig 60 damit kann ich nichts anfangen ich bräuchte eine Energiekarte Egal wie wir siegen jetzt trotzdem doch nicht Schaden gefallen wow gut dann ist Pandrago gerade sehr mies jetzt sieht es für mich wirklich schlecht aus er kann noch gewinnen wo gleich Goldbit dann kann ich zumindest sein Schaden Drago besiegen also jetzt wird es noch spannend also ich würde schon gerne den Kampf gewinnen er natürlich auch jetzt kriege ich ne Kampfattakten ich sag nichts ähm dafür brauche ich die andere Energie ich mach das so nein Goldbit Goldbit warum das sei jetzt nicht dein Ernst Goldbit oh zweimal Schmied sehr nice ok er hat mit Cargo auf der Hand oder wat Goldbit nein was will ich das mit dem Pampam ich kriege hier nicht die richtigen Karten ne wegen oh nein wie so ne scheiß Aktion wegen dieser Münze verliere ich und ich hab hier nichts ich geh kaputt ich geh kaputt das einzige was mir noch helfen würde ist tatsächlich eine Rückhol Aktion nein ok ich kann jetzt aufgeben ich hab verloren eine Dinges hätte mich noch retten können so Ivo Brose gut Anglap gut jetzt muss ich nur überleben ich bin so ein Idiot wieso hab ich das vorher nicht eingesetzt gut meine Psychokarte hab ich noch nicht also Luftschnitt bringt mir nix so ich versuche ich versuche ich überlebe noch so glückshelm angler brauche ich jetzt das das keine Ahnung das das keine Ahnung wir nehmen drei davon oder ja so angler wir werden jetzt erstmal ich weiß nicht ob das klappt wieso kann ich nicht wieso kann ich nicht rückzug einsetzen setzen das ist so ne kacke jetzt gerade für mich 120 20 ah jetzt jetzt kann ich rückzug einsetzen so das hat schonmal geklappt Konzentration Konzentration ich muss jetzt überleben ich muss jetzt überleben so Pandrago so puh 60 so jetzt besiegen wir jetzt erstmal warte mal was hat er denn da noch 60 Hitzestotter Spree ist Todesurteil und da hat er noch Muskelband Todesurteil ich habe so gut wie verloren egal was ich mache so eine Scheiße aber auch ne so eine Scheiße ich habe verloren es ist egal was ich tue ja der hat so ein Glück ey das ist unfassbar ich habe es tatsächlich nicht geschafft das Brunschung zu holen ey ich sah mich schon auf der Siegeswelle ich weiß danke dass du mir das nochmal in die Nase reibst ach du Scheiße ey jetzt ärgere ich mich zur Tode gerade haben wir alles abgeräumt und jetzt auf einmal hat er den dann hat er es tatsächlich noch geschafft immerhin Trost 8 Punkte jetzt jetzt will der da jetzt kommt der da mit oh was haben wir denn hier zum ersten Mal das hier warum kann ich das denn nicht da einsetzen hm 30 Punkte ich würde sagen wir gehen auf scharfe Klauen wenn überhaupt da habe ich ja auch nur noch Karten so Leute aber ich sehe gerade es war wirklich der letzte Kampf war wirklich spannend drei Kämpfe haben wir hinter uns paar Siege eine Niederlage Bronzung habe ich nicht erreicht wahrscheinlich werde ich das mal schauen werde ich das wahrscheinlich morgen schaffen das werdet ihr morgen erfahren ähm ich werde dann das laufen des Tages abends werde ich wahrscheinlich heute noch online sein werdet ihr dann wahrscheinlich keine Ahnung da kannst du mich dann herausfordern wer das um 17 Uhr siehst ich komme dann dann abends mal online um halt die Herausforderung zu machen dann kannst du mich gerne herausfordern wenn du willst gut Leute aber für die anderen wie gesagt ihr könnt mir immer noch Anfragen schicken und dann könnt ihr mir noch Vorschläge machen wie das Projekt äh wie ihr das gestaltet haben wollt sehen ob Versus Modus reicht das ist ja eigentlich quasi der einzige Modus der für mich interessant ist man könnte jetzt noch Trainer Herausforderungen durch machen aber das ist unsinnig das ist einfach nur das hier das bringt nichts das bringt einfach nichts Herausforderung ist einfach nur eine Daily und im Versus Modus ist es halt das momentanste spannendste um tatsächlich in den nächsten Tagen bis 2000 zu kommen ich weiß nicht wie weit ich komme gestern hatte ich zum Beispiel kein Versus und ich möchte es ja schon gerne mit euch hier gemeinsam durchziehen und auf neue Karten hoffen mein erstes Ziel natürlich erstmal das Dialga X und als nächstes das zweite und dann kommt auch schon Professor Birk das letzte das ist noch ein steiniger Weg also wir sind gerade erstmal bei 120 also von daher ich wäre froh wenn wir erstmal hier hinkommen ähm so so jetzt war es aber wie gesagt das war es mit TCGO Pokémon Doppelkartenspiel Online ihr könnt mir Vorschläge machen liken was ihr gerne auf YouTube machen wollt wir sehen uns beim nächsten Mal also bis dann